Ja, so, gut schmach, schön. Und schaffst du es dieses Mal? Jetzt müssen wir nach rechts, ne? Nach rechts. Ich weiß. Ich weiß das. Und wovor gegen was stoßen wir? Über Zäune klettern? Nein, das erste Bild davor, von der Schwester da. Die wurde verhaftet. Ja, wieso? Was haben wir denn damit zu tun? Weil du Schwester bist und du am Tatort warst, einfach verdächtig. Geh mal durch. Das war jetzt un-Speedrunner-mäßig. Wir könnten auch Speedrunner. Runner-mäßig. Viel auf. Oh, jetzt bist du tot. Ach, ich bin echt tot. Doch, bist du. Ich sterbe nicht. Siehst du, das fährt aus auf mich. Geh da erst mal in die Lücke, geh da erst mal. Ich brauche nicht in die Lücke gehen. Och ey. Siehst du, ich leb doch. Ja, aber nie mehr lange. Ach. Jetzt geht es mir doch wieder hier. Boah, du hast irgendwie davon zwei Sniper-Schlüssel. Kein normaler Mensch hält das aus und läuft dann auch noch mal weiter. Mit 30 kmh oder so. Pass auf, jetzt kommt dieses Zeug. Mach das an. Aus. Oder so. Ja. Das sieht voll abgespackt aus, wie die immer von den Rohren zu Rohren springt. Die haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Wo haben die dich denn eingekesselt? Keine Ahnung. Also das ist ja nicht nur Grund. Na super. Drei Leute. Die haben mich eingekesselt. Die haben mich halt vermöbeln, Alter. Die haben eine Shotgun. Die kamen voll geil vermöbeln. Nein. Boah ey, was war das denn? Das war alles geplant. Ich will die Spannung aufrechthalten. Was für eine Spannung. Keine Ahnung. Und dann war es ja auch der Savepoint. Wo sie war. Ich. Das kann sein nicht. Oder was? Nachschleiß drauf. Ich. 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 Ach. Zeig. Was hat es. Genau. Auf Practiceation klappt es? Hier ja auch geklappt es. Ja jetzt! Ja ich meine auf ein Station klappt es ohne Warten! Hier ja auch geklappt ohne Warten! Oh bein Platz. Achstروните?! Du hast doch gesehen! Ich habe das Gefühl, diese Teile sind nur so, um da so Action aufzubauen, aber die können dich gar nicht treffen. Es ist bestimmt gar kein Helikopter da. Unnötig, unnötig. Ich glaube, das würde ich nicht mal im Leben machen, sowas. Kannst du mal sehen, ne? Okay, ich glaube, da würde ich einige Sachen beweisen, die ich nicht mal im Leben machen werde. Schlecht. Hey, Junge, das ist jetzt hier, aber wir haben das schon mal gesehen. Wenn du einfach so schlecht bist und einfach... Ja, aber sicher ist wieder von hier oder was, ey? Lägt mich da an der Tüße. Ja, aber das ist halt deine Schuld, wenn du so schlecht bist. Ja, das kann sein. Ja, dann vielleicht einfach mal warten oder ein bisschen Zeit nehmen. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ein bisschen. Oh, der Vogel zieht ab, sieht aus, also in Luft rein. Jetzt schwind dich in die Kanäle. Boah... Er ist abgeschwungen, das wäre... Das wäre echt zum Beschießen gewesen. Ja... Ey... Ja, das kann doch nicht angehen hier. Ey, das war jetzt aber wirklich nicht meine Schuld. Wenn die einfach nicht... Hier waren wir doch gerade auch. Na, sei doch einfach froh. Weil du es berührt hast oder so. Das macht aber überhaupt keinen Sinn gerade. Ja, sei doch froh einfach. Ja, das macht trotzdem überhaupt keinen Sinn. Dann scheiße auf Sinn. Ne, das muss schon... So Sinn machen, so. Ja, du spielst gerade auf Ohren, so. Das macht voll geil Sinn, Mann. Nein. Doch. So, jetzt geht das Tor unten auch, ne? Ja. Schlecht. Ich glaube, ich war hier jetzt nicht. Ja, müsst ihr doch. Was machst du denn da? Ja, das Tor muss aufgehen. Ja, vielleicht hat sich jemand übersehen. Guck mal nach oben. Aufgedrückt. Ja, vielleicht gucken wir nach links. Oben. Hier ist da nichts. Ja. Ich drücke nochmal drauf. Ach. Ah, es öffnet sich. Voll unnötig, ey. Egal, jetzt komm ich jetzt steilisch runter. Der Part, der ist voll einfach. Der ist voll einfach. Pass auf, wenn ich hier sterben werde. Ach, ey, dann lass mich das zocken. Nein, das ist mein Kapitel. Ich smash die weg. Also, ich smash die weg. Ich meine, Sniper-Skills. Jetzt. Das ist schon das erste Unnötige. Was eigentlich so physikalisch gar nicht möglich ist. Wieso? Weil die eigentlich perfekt drüber kommen müsste. Ich glaube, da habe ich mit dem Kopf gegen geklatscht. Ja, wer ist da mit dem Kopf gegen geklatscht? Ja, wer ist das auch. Ja, war wieder klar. Wieso haben die das geahnt, ey? Ich will hier mich gar nicht verriechen. Voll, warum haben die denn überhaupt mit einem Helikopter auf dich geschossen, wenn sie eh wissen, dass du da reingehst? Die sind ein bisschen verspackt, die Beine. Du kannst auch drauf springen, glaube ich. Wo drauf? Auf diese Balken. Kannst du, glaube ich, auch drauf springen. Mach du voll. Wie irgendwas? Ah, aber gut. Rechtsklick. Ähm. Das Ziel ist schon oft nur auf eine Stelle. Dann treffen wir uns doch nicht mal, wenn ihr da durchläuft. Und ich glaube, ich renne wieder an. Nee, das ist der Sniper, ne? Ähm. Damit jetzt einer stirbt. Oh, ist der Kau, ey. Oh, Junge. Naja, das tut ordentlich weh. Guck mal, wie schlecht die sind, ey. Du kannst doch irgendwie zoomen, ne? Rechtsklick. Oder mit Z. Ja. Mit Z kannst du zoomen. Mit F kannst du zoomen. Okay. Schießt ihr noch weg? Ja. Hier unten werde ich die umfallen. So. Ja. Das hier mag ich auch nicht, ey. Wieso ist das so voll einfach? Das mag ich trotzdem nicht. Ich mag fast gar nichts hier. Was? Die quietschen ihre Schuhe so? Ja, die haben schon immer so gequietscht. Aber weil sie durchs Wasser glauben, ist schlecht. Ja, was machst du auch da? Muss ich da nicht rüber? Ja doch, aber du noch nicht aus dem Vorwärtsrennen seitwärts springen. Ach. Wieso? Das war alles... Das war geplant von mir. Das ist... Die konnten wissen, dass du so schlecht bist. Deswegen lassen sie sich wieder weiter vorne starten. Nein, da hat nichts mit... Wir sind drin. Los. Raus da face. Ich glaube, da bin ich zehnmal gestorben, um rauszufinden das erste Mal, was man da machen muss. Hab gar nicht die Knopfguse hin. Das ist auch so, wenn ich mich abroll, dann roll ich mich in den Boden. Aber wenn ich mich nicht abroll, dann... Ich weiß. Dann nicht so, ey. Das rollt sich in den Boden rein. Ja, dann rollt sie in den Abgrund. Was ist das denn hier? Dann stehst du auf der Kante. Trotzdem übelst schlecht. Ach, voll geil. Voll hier weggeglitscht. Du hast es so nicht drauf. Das geht mal gar nicht. Das kann gut sein, ey. Ey, ich bin besser als Tobi. Ja, super. Der kann auch nix, der Typ. Das ist wurscht. Solange ich weiß, dass ich besser bin als Erne. Ey, du bist ja eigentlich super in jedem Spiel. Außer in Skate und vielleicht Fifa oder so. Ja, Fifa kann ich richtig gut. Dann klatsch jetzt einfach drauf.